Wir reiben hier Tag ein Tag aus und selten enden wir Applaus. Doch gebt nicht auf und sagt euch, immer andere dichten noch viel schlimmer. Es war mal ein Spatz aus Hagen, der konnte es nur schwer ertragen, wenn ihn seine Kinder fragen, warum sie keine Schuhe tragen. Es stand einmal vor verschlossenen Türen eine Honigtopfameise aus Düren. Sie hatte ihren Schlüssel vergessen, irgendwo zwischen Duisburg und Essen. Heute ist es so heiß, bei allen läuft der Schweiß. Ich spendiere jenen ein Eis, egal zu welchem Preis.